moin moin liebe klugemeinde ich hatte ein schönes video fertig gemacht das war mir leider auf dem kopf vielleicht stelle ich das irgendwann noch mal rein wenn ich das wieder umgedreht kriege irgendwie funktioniert das nicht auf dem handy ist halt ein neues handy aber egal nichtsdestotrotz ich heute euch eigentlich zeigen wollen der strahler bzw der pulverer wo ich die felgen habe pulvern lassen das sind die guten stücke da ist das schwarze gold nachher ja jeder weiß wie unsere alten felgen aussehen und die sind ja gestrahlt worden werden sie vorher schon mit einer stahlbürste gearbeitet und ja es war natürlich nicht so schick also pulvern ist schon denke ich mal das beste was man dann machen kann und glaube das lackieren wird auch nicht günstiger werden wird wahrscheinlich sogar eher noch teurer ja und da kriegst du eben halt so kleine ränder so das christian halt nicht weg der pulverer hatte mir noch gesagt dass ich den da ist mein finger dass ich hier noch einmal versiegeln soll ja das hatte ich auch schon mal mitbekommen hat der ein oder andere im forum glaube ich auch schon mal geschrieben und das werde ich auch tun mit weißer elastischer karosseriedichtmasse das wird dann die nächsten tage passieren habe nur noch genügend andere sachen unser fahrzeug wird ja demnächst zum lackierer gehen in der zwischenzeit habe ich schon mal die rahmen die fensterrahmen bin ich am bearbeiten also klappenrahmen habe ich schon fertig nur das mit den fenstern noch nicht alle neu lackiert und dann wird als nächstes kommt hier noch reifendruckkontrollsystem rein ich habe jetzt reifendruckkontrollsystem das nehme ich jetzt mit auf weil wir alle die gleichen probleme haben dass wir irgendwie doch so leichten reifenverlust druckverlust am reifen haben und ja die dinger kommen dann wie gewohnt dann von unten rein dann habe ich einen trigger dafür dann werden die angetriggert und dann hat jeder seine seine zuordnung jeder sensor und das ganze ist dann ablesbar über bluetooth also übers handy über eine app und da werde ich mich mal mit auseinandersetzen in den nächsten tagen und dann werde ich da mal ein separates video von machen reifenentscheidung habe ich mich für den schweden entschieden dzw norweger für nokian ich habe selber nokian schon an mehreren fahrzeugen gefahren und muss sagen war ich bis jetzt immer sehr mit zufrieden für mich sind bei ganzjahresreifen immer auch so kann das auch so lassen ich kann mal das reif den reifen mal drehen so für mich ist immer wichtig erste priorität nässe verhalten nässe schnee verhalten das ist für mich wichtig da gehe ich egal für was für ein auto und für was für wen ich was bestelle nicht unter b beim kraftstoff ist mir das eigentlich relativ mumbe von seinem weg ist so oder so gut die db zahl da wird sich auch nicht viel ändern also da wirst du kaum einfinden der irgendwie weit unter 70 liegt ganz natürlich auch ins oberste regal greifen und vielleicht hast du dann glück dass du bei michelin oder gotier sowas bekommst ja ich finde die aber ganz nice und ich verspreche mir da mal wieder sehr viel von die haben sehr guten schnitt und dementsprechend von die schwarzen goldstücke dann demnächst auch drauf aber wie gesagt da mache ich noch mal ein separates video von und auch mit der app wie das funktioniert und dann schauen wir mal somit wünsche ich euch erstmal noch einen schönen tag aber bevor ich jetzt hier aufhöre zeige ich noch mal schnell die klappenrahmen und die eingangs tür hat auch neue farbe bekommen ich habe sie einige flicken müssen da war ein bisschen was weg gebrochen auch an der tür und das habe ich dann mit folgendem ich habe da verwendet für kleine auffüllung und kleine kratzer von der firma peteck diesen kennt ihr alle das ist dieser sekundenkleber den gibt es ja von verschiedenen herstellern mit dem dazugehörigen pulver da waren so kleine risse in dem in dem rahmen ja die sind natürlich jetzt nicht also habe ich das pulver in die kleinen risse getan dann mit dem kleber aufgefüllt dann geschliffen und somit auch die ganzen rahmen bearbeitet und habe jetzt hier an dem ja mein vorgänger hat natürlich hier auch schön das gummi mit überlackiert und so hier wird habe ich mir kunststoffspachtel geholt das werde ich auch noch versuchen wieder aufzuarbeiten dass man das nachher nicht sieht hier habe ich hier war ein loch von einem halter der wurde dann durch den rahmen gebohrt das war von der schraube zum zuziehen von drin war so ein halter zum zuziehen habe ich mit kunststoffknetmasse gemacht mit 2k zeige ich euch auch mal kurz gibt es für verschiedene sachen von dem hersteller das ist der repair stick für kunststoff den gibt es für stahl für alu für kupfer für bla 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 auch für wasser also wenn irgendwas mit wasser durchflossen wird dafür kann man sowas nehmen damit habe ich das aufgefüllt habe auch hier noch den rahmen das ist jetzt ein versuch das ist sie eine klappe ich hatte ja eine erstehen können geschlossene klappe ohne ohne irgendwelche fächer und diese klappe das hier was weggebrochen und da was weg gebrochen und das ist jetzt ein versuch mal sehen ob ich die hinkriege weil wenn dann setze ich die rein die vom rahmen her sieht die dann doch noch ein bisschen besser aus im allgemeinzustand wenn ich das hier wieder hinbekommen aufgefüllt bekommen da schauen wir mal und nicht durchhalten lassen paar tage und dann gucke ich mal ob das funktioniert werde ich berichten jetzt soll es aber auch gut sein ich wünsche euch noch einen schönen tag schöne weitere adventszeit bis dann tschüss